Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Winkelche. So, wir haben in der letzten Folge mal ein bisschen umgebaut. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir werden hier mal ernten. Hier hin, bitte danke, jawohl. So, dann hier hin, dann das bitte einmal geerntet, hier rein. Reinernten läuft, haben wir. Sehr schön, dann laufen wir mal hier hin. Das kann man eigentlich da stehen lassen, das stört da überhaupt nicht. Hier drüben haben wir mal kurzzeitig umgebaut und dann werden wir mal sehen, wie das ausschaut. Und jetzt werden wir erstmal unsere Pforten öffnen. Oh, Schmied treffen, Schmied treffen in der Nähe, um ihr Können zu uns. Ja, aber wir können noch nicht schmieden. Also wir haben noch ein Level drunter und die werden jetzt hier eisen wollen und das haben wir halt schlichtweg einfach nicht. So, wir konnten, ah ja, okay, wir konnten die junge Dame heute nicht bezahlen. Deswegen wird die heute nicht für uns arbeiten. Ja, das ist so ein bisschen wie in anderen Gewerben, wo man erst bezahlen muss, bevor man eine Leistung bekommt. Ja, aber hey, warum nicht? Aber wir schieben das da jetzt wieder rein und dann gehen wir hier, hier, hier. Wir gehen immer wieder einfach mal schön drüber gehen, ne? So. Oder lange drauf bleiben. Hilft das dann? Ja, das hilft dir auch. Nur einmal hier lang, hier lang, hier lang. Ja, ich weiß auch nicht, wo die ist. Die hat heute gemeint, sie möchte nicht arbeiten. Sie hat gemeint, sie kriegt kein Geld. Ja. Na klar, du. Hier, du auch. Da lang. Hier, was möchtest du mir verkaufen? Du möchtest mir Hardcore-Cool-Seide verkaufen? Ja, komm. Kauf dir deine Seide ab. Einfach nur, weil, weil du halt du bist, ne? So, drauf haben wir keinen. Wir kaufen das so. Das tut richtig, richtig weh. So, da können wir mal ein bisschen hin. Hinlegen, hinschmeißen. Hier auch. Jawoll. Da mal ein bisschen durchgehen. rüber. Echte. Ja, hey. Ja, ja. Ich arbeite auch mal wieder. Klar. Ja, nee. Weißt du, man muss ja auch weiterkommen. Ja, ist richtig. So, was hast du uns hier zu verkaufen? Du hättest Äpfelchen. Ne, weiß nicht. Äpfelchen, Brot, Käse, Nägel. Ne. Ne, ne, ne. Kann ich, kann ich das leider nicht so, ne? Nicht so wirklich. So. So, schön durchgehen. Immer wieder hinlegen. Also die junge Frau ist auf alle Fälle eine ganz, ganz große Hilfe. Ja, da kann man, da kann man jetzt tatsächlich nichts sagen. Das werden wir spätestens jetzt in der, in der Bilanz am Abend werden wir das sehen. Dass die junge Dame doch eigentlich eine sehr große Hilfe ist. Ja, da sieht man es dann auch. Wir brauchen noch einmal Handschuhe. Wir bräuchten eigentlich das. Das haben wir nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Da können wir uns auch noch eine herstellen. Jetzt haben wir es hier. Da würde ich sagen, da würde ich gerne mal einen. Einfach nur weil. Okay. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir in Zukunft. Naja, ist eigentlich, oder? Ich würde, ich würde sagen, wir könnten, ja, wir könnten, also sollten wir wahrscheinlich auch. Also wir, ja, ich würde sagen, wir zahlen jetzt. Dann können wir sie uns trotzdem noch. Halt, stopp. Nein. Was heißt denn hier? Fenster schließen, laden, öffnen. Zahle jetzt. Ja, zahle jetzt. Natürlich, vergessen, natürlich, hier kommt die heute wieder. Heute kommt die wieder. Und wenn die kommt, dann können wir tatsächlich auf die Schnelle noch gießen. Da hat er die Hälfte wieder vergessen. Mensch, der Kerl, ne? Das ist, so, hier gießen, hier gießen. Aber die ist ja schon schnell und gut und motiviert. Also die, ne, die ist, ja, praktisch Mitarbeiterin des Monats. Einfach nur, weil sie existent ist. Ja, als einzige Mitarbeiterin. So, hier haben wir dann alles. Ich denke, wir haben da jetzt alles. Ja, ein Händler steht an. Ich verstehe. Händler, Antiporters, alles gut. So. Oh, der hat besseren Salbei. Besseren und günstigeren Salbei. Ja, da, also da. Da muss man ja praktisch schon zuschlagen. Wie sieht's aus? Salbei-Dings hat noch keiner, gell? Nee, 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 nee. So, da könnten wir mal. Komm. Das kostet jetzt, das kostet jetzt ein bisschen, aber das kann's auch ruhig mal kaufen. So, wir kriegen Salbei können wir wahrscheinlich gar nicht hier da verkaufen. So, hier hin, dann da hin und dann das, was wir in Salbei noch haben, hauen wir direkt in die grüne Pampe. Haben wir, da haben wir den noch. Da müssten wir auch nochmal hier. Hau rein. Wie viel Saft, wie viele Hustinettenbeeren können wir noch? Okay, wahrscheinlich wegen, genau. So. Wegen der Alraune können wir da nicht. Ja, vielleicht kommt ja, vielleicht kommt ja gleich so ein Ultra. Leute, schaut euch das mal an, was hier an Leute kommen, wenn die da ist. Ne? Also, beziehungsweise die beiden, ja, es sind ja, es sind ja zwei. Es sind ja zwei Damen, die jetzt da gerade rum hüpfen. So, da gibt's die Quiche, da gibt's ein Hufeisen, da gibt's ein Handschuh, Handschuh, Handschuh. Blumenkohlsamen. Ohne. Hm, ja. Ne, ich hätte jetzt ganz gerne was anderes gehabt, aber wenn du das nur so hast, dann muss ich dir sagen, geh heim. So. Du hättest gern Kartoffeln? Ja, da, nimm doch. Nimm doch Kartoffeln, Junge, ist doch kein, kein Verbrechen. Du hättest gern Käse, haben wir auch. Äh, zwei Mädels, die hier auffüllen, ne? Also, zwei junge, junge Damen, die hier Befüllungsarbeit leisten. Das ist gut, das nehmen wir. Das ist auch gut, das, da nehmen wir auch. Ich würd' sagen, so. Jo, kauf, kauf das mal. Das machen wir dann bitte hier hin. Dann da hin. Dann brauchen wir da vier Stück von. Jawoll. Sehr schön, das pügelt richtig durch. Und wenn du zwei von den, von diesen netten jungen Frauen hast, die da, ähm, ne? Die da für dich schuften. Die denn da für dich schuften, dann, äh, geht's gleich noch besser. So, könnten wir bitte hier. Ja, die schaffen das. Die beiden, die sind, die sind total kompetent. Die kriegen das hin. Ja, du siehst einfach nur Kohle reinfliegen. Genau so muss das sein. So, einmal hier bitte, einmal hier bitte. Genau, da fliegen dann schon die, die hervorragenden. Dann einmal den hier rein. Dankeschön. Dann hier hin, dann einmal da rein. Jawoll. Und dann könnten wir uns eigentlich fliegenderweise nach vorne bewegen. Ja. Sehr schön. Jetzt ist da eine Menge noch gewachsen. Da können wir auch direkt. Das hat sich richtig gelohnt. So, warum wurde hier nichts mehr reingedickt? Weil Apfel. Okay. Ich verstehe. Wir gehen mal hier hin. Wir kaufen Äpfel. Waren Äpfel nicht irgendwo hier oben dabei? Ich dachte, Äpfel wären da oben dabei gewesen. Hier sind Äpfel. Äpfel sind gelinde gesagt echt sau teuer. So, wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Also hier, hier brauchen wir hier, hier. Okay, wir brauchen als allererstes brauchen wir den da. Ja, da brauchen wir, wir machen fünf Stück. Egal ob wir sie brauchen oder nicht, wir brauchen jetzt einfach fünf. So, hier, da brauchen wir auch fünf Stück. Wir machen ihn immer direkt im Fünferpäckchen. Und dann läuft das. Okay, das haben wir, das haben wir auch, das haben wir auch. Dann benötigen wir Leinen. Wo ist das Leinen? Das ist weiter oben. Hm, Salbei brauchen wir jetzt nicht. Leder, Leinen, Leinen brauchen wir. Wir nehmen mal, keine Ahnung, zehn Leinen. Und wir nehmen... Leder, ja, ich würde sagen, wir nehmen mal aufzehn Leder. Aufzehn Leder ist okay. Kann man, kann man machen. Ja, kaufe er bitte. Danke, dann müssen wir hier hinten hin. Wir benötigen... Was benötigen wir? Wir benötigen eigentlich diese Schuhe. Eigentlich benötigen wir auch diese Schuhe. Die benötigen wir einmal. Hier, Hardcore Wolle. Dann benötigen wir Handschuhe. Die benötigen wir zweimal. Wir benötigen eine Hose, die wir auch einmal herstellen müssen. Da gibt es noch ein Gleitchen. So, was brauchen wir noch? Wir benötigen das hier. Das benötigen wir auch zweimal, bitte. So, einmal, zweimal. Hervorragend. Dann würden wir diese Schuhe benötigen. Aber die verkauft ja keiner mehr. Also, warum machen? Da haben wir ordentlich Allraune. Das hilft uns nichts. Was wir allerdings holen können werden müssen, ist hier hinten der... Der da. Richtig. Bitte einmal hier, einmal hier, einmal hier. Danke. Dann raus. Dann hier. Hier, hier. Nein, das war vollkommen falsch. Aber, naja, gut. Was erwarte ich? Dann nimm das hier, bitte. Pack die da wieder ein. Geh da hin. Pack das wieder rein. Sehr schön. Da haben wir so, so und so. Und ich würde sagen, wir nehmen uns die hier. Und wir nehmen uns die hier. Und dann gehen wir hier hin. Packen die wieder rein. Gehen dann da hin. Packen die wieder rein. Sehr schön. So. Da können wir auch. Nimm die auch gleich mit. Das ist jetzt auch schon wie egal, weil... Na? Hör. Da stapft er durch. Oh, da la. Ach, da unten wäre der gewesen. Dann gehen wir mal da ran. Wir hätten hier jene Suppe. Jene Suppe wollen wir... Das ist mir egal. Wir wollen diese Suppe und wir wollen von dieser Suppe wollen wir mindestens vier Stück. So, die läuft nämlich auch erschreckend gut. Und hier hätten wir gerne... Okay, die kriegen wir nicht. Und das finde ich jetzt nicht gut. Und zwar gar nicht. Wie sieht es hier aus mit der Kiech? Kiech geht nicht. Warum geht Kiech nicht? Weil... Kein Getreide. Na gut, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben als zu öffnen. Und ähm... Ja. Was gehört hier hin? Haben wir das? Das haben wir. Das waren nämlich Äpfel. So, hier hin. Das haben wir auch wieder. Ja, warum? Haben wir nicht? Ja, dann müssen wir natürlich... Wir haben keine Schmerzsalbe mehr. So haben wir keine Schmerzsalbe mehr? Wie kann denn das passieren? Hier hin bitte. Schmerzsalbe. Hier. So, äh... Fünf Stück ist gut. Ja, mach mal. So und so, genau. Sind das tatsächlich die hier? Es sind tatsächlich die hier, wo wir keine mehr von haben. Naja, ist nicht so... Ist nicht so tragisch. Es ist nicht so tragisch. Also es ist schon tragisch, aber halt nicht so. Und dann... Würde ich sagen... Wir öffnen einen wunderschönen... Guten Morgen an die Herrschaften. Und dann vor allem an die... wundervollen Damen, die wir hier haben. Du bist schon... Hättest du schon... Du verdienst... Du hast... Du bist... Fröhlich... Nein, wie schaut's bei dir aus? Bist du fröhlich? Du verdienst 41... Hast 40... Kriegst... Das kann ja wohl nicht sein. So, ich geh, schau mal. Hier, du verdienst direkt 45, damit du glücklich bist. Ja? Hab bis jetzt immer funktioniert. Einfach Gehaltserhöhung läuft, ne? So, was? Nicht rumstehen, arbeiten. Hopp, hopp. Ich hab grad Lohnerhöhung. Na komm, machen wir für beide Lohnerhöhung, oder? Alter, warum ist die blau? 112, ne Traglast von 6. Alter, für 28. Die verdient 23. Die kann nicht mal die Hälfte. Wollen wir die Hendrika rausschmeißen? Tschüss. Ja, feuern. Komm, hau die weg. Wir nehmen die da. Siehst du. Einstellen. Ja. Lobkab, stell die ein. Komm, mach. Weißt du, wenn die angestellt werden, ja, dann kommen die am nächsten Tag. Ja, aber wehe, wenn du sie rausschmeißt. Hermanos. So, wie schaut's aus? Warum? Okay, da ist alles drin. Wie sieht's hier aus? Komm schon. Ja. Jana, das kriegst du hin. Ah, Jana. Warum muss ich jetzt an LOL denken? Wie war das? Für nur 2,99 nehm ich dir den Atem. So. Hier, Artischockel können wir aber immer noch nicht. Nö, abbeißen. Tschüss, da will ich nichts von dir. Wenn du so bist, dann will ich nichts von dir. Du hättest gerne, kannst du haben. Wenn du hättest das gerne, kannst du auch haben. Kann man hier bitte. Hallo? Ist hier alles drin? Da ist offensichtlich alles drin. Jawohl. Und? Wie geht's weiter? Boah, Liebestrank geht auch schon wieder zum Neige, ne? Du kannst ja keine 2 Sekunden woanders hingucken. Kaum schaust du woanders hin, ist der Liebestrank so gut wie weg. Kaummehr mäßig. 1, 2, 3. Super. Hustinettenbärensaft, der geht noch. Da kann man noch mal ein paar herstellen. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl, was möchtest du von mir? Was, was kannst du mir bringen? Du bringst mir, du bringst mir Salbei. Hervorragend. Du bringst mir Holz. Du bringst mir kein Holz, weil ich keine Lagerkapazität mehr habe. Okay, dann kaufe ich das und dann kannst du gehen. Schleiche erst. Ich verschwinde erst im Laden. Hinaus. So. Da lang noch mal. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Ja. Hier arbeitet der Chef auch manchmal noch selbst. Selten, aber manchmal tut er das noch. Warum? Keine Ahnung. So, Schulden galt es auch schon wieder zu zahlen. Erweitere deinen Laden. Da ist er auf 100 Teils, ne? Jana, gute Nacht. Schlaf gut. So, Chef muss es noch auffüllen. Aber sowas von. Okay, wir brauchen Getreide. Wir brauchen Getreide. So, dahin. Dahin. Dann hier gießen, hier gießen. Lauf weiter. Hier gießen, hier gießen. Um die Ecke. Hier gießen. Hau das da auch hin. Danke. Einmal raus. Einmal direkt wieder rein. So, hier hin. So, auch wieder rein. Dankeschön. Und hier noch mal. Schön einen abbessern. Gießen, habe ich gesagt, sollst du. So, vollkommen überladen. Aber das ist nicht schlimm, weil wir machen jetzt gleich, ne? Wir machen jetzt gleich Quiche. Und bei Quiche geht immer eine Menge. So, wir gehen mal hier hin. Quiche. Ich würde sagen, ich würde sagen, eine. Ich würde sagen, drei. Dreimal Brunnenquiche. Ich weiß, das ist sauteuer. Aber manchmal muss das sein. Wie sieht es aus bei Brot? Bei Brot könnte man noch abwarten. Hier, da fehlen Kartoffeln. Haben wir keine Kartoffeln angebaut, oder? Wie die Stoff? Das ist das. Das ist. Wo sind denn die verdammten Kartoffeln hin? Sind das die Kartoffeln? Nein, das hier vorne sind die Kartoffeln. Da. Nimm die. Hier, hau die rein. Dankeschön. Jetzt sind wir wieder überfüllt. Das soll sich ja lohnen. Und weiter. So, hier lang. Und dann können wir auch das hier. Die geht nämlich auch ganz gut. Können wir auch mal drei machen. Ja, sehr lecker. So, das ist immer die guten Kartoffeln verkocht. Aber warum auch nicht? Kann man ja machen. So, wir brauchen. Komm mal hierher. Wir brauchen hier. Das benötigen wir. Und dann gehe er hier hin. Und mache er. Schuhe soll er machen. Schuhe. Sehr gut. Dann sollten wir eigentlich das meiste wieder auf Korat haben. gegossen. Haben wir auch. Hüte haben wir natürlich noch keine. Zwei davon benötigen wir. Schubs Hüte raus. Und dann würde ich sagen. Ach komm, wisst ihr was? Einen Tag machen wir jetzt noch. Und einmal raushauen. 28 und 45. Da kommt die erste Dame. Da kommt die zweite Dame. So, sechs Artikel soll die tragen können. Die Lopke. Da bin ich ja sowas von. Oh, der Jana rennt sofort los. Will beweisen, dass die Arbeiterin des Monats werden kann. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Da steht der Chef einfach nur noch hinter seinem. Hinter seinem Dresen und tut nichts mehr. Außer einkaufen. Da kommt einer. Oh, da könnten wir Getreide kaufen. Für nicht mal so teuer Geld. Ah, hau mal her. Komm. Warum nicht? Lavendelsamen. Wir gucken mal, ob der noch irgendwie. Ne, hat er auch nicht. Schade. Hier können wir. Ja, können wir uns. Komm. Hau rein. Sehr gut. Kommen sie näher. Kommen sie ran. Sehen sie sich um. Ja. Nein, die Damen arbeiten nur hier. Was die in der Freizeit machen, das interessiert mich nicht. Aber ich kann ihnen sagen, wir haben keinen Haferbrei mehr. Schließen. Sofort hier hinter. Wir brauchen Haferbrei. Wir brauchen fünfmal Haferbrei. Hau durch. Drück das. Jawohl. Drei. Vier. Fünf. Da ist der Haferbrei, oder? So, ich würde sagen, wir fahren den direkt nochmal durch. Ja. So, junge Frau. Hier natürlich Haferbrei. Ja, klar. Hier. Ich dachte, ihr beiden arbeitet. Ihr seid hier total professionell und so. Also, professionelle Arbeiter. Also. Egal, ihr wisst, was ich meine. Egal, wie falsch das klingt. Ja, ist mir jetzt egal. Hm. Ich habe jetzt nicht gemeint, dass, 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 dass unsere Damen hier professionell leben. Egal. Es ist, ne? Egal, wie ich jetzt versuche, mich rauszureden. Das funktioniert ja sowieso nicht mehr. Also, kann ich es auch gleich stecken lassen. Ich habe keine Kartoffeln. Wenn die Kartoffeln willst, kauf Gemüsesuppe. So. Kommen sie ran. Kommen sie näher. Kommen sie hier. Da. Jawohl. Halt. Stopp. Was ist bei dir? Oh mein Gott. Da auch keine mehr. Na gut. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir Quiche. Hier haben wir Holz. Hier hätten wir Verjüngungstrank. Hier hätten wir Lavendel. Blumen. Gassen. Nein. Abweisen. Sehr schön. Da steht Diana. Diana ist. Ist die schon wieder im Level gestiegen? Hätte die schon wieder mehr Lohn verdient? Nein, hätte sie nicht. Okay. Minus 2% Geschwindigkeit. Warum? Die kriegt 45 Lohn und verdient nur 41. Ja? Wieso ist die Scheiße gelaunt? Verstehe ich nicht. Schau mal. Die ist hier plus minus 0. Lohn. Wenn ich der jetzt hier, keine Ahnung, 30 gebe, dann... Läuft die auch nicht schneller. Spießen. Ja. Vorrang. Kommen sie näher. Langsam, aber sicher. Irgendwann wollen wir nach Hause. Wir wissen, da kennt uns auch schon jeder, aber... Trotzdem. Irgendwann muss der auch heim. Verdammt. Wir brauchen wieder... Lobke, du kannst nach Hause gehen. Ja, ist nett. Nein. Chef, geht nichts mit euch trinken. So. Sehr schön. Dann ist hier dicht. Dann können wir hier rangehen. Hier nochmal nach unten. Hier hätte ich bitte gerne nochmal... Alles, was geht. Haben wir. Stopp. Dann einmal hier hinter. Ja, die Mäntel sind gegangen, ne? Die Mäntel sind richtig gegangen. Oh, können wir nur einen? Okay. Ja, nicht genug. Boah, der tat... Der tat weh. Der tat weh. Wie sieht es denn aus? Hosen bräuchten wir noch eine. Haben wir... Hm. Die Schuhe... Bräuchten wir auch noch einen. Haben wir auch. Mäntel haben wir jetzt nicht. Hemden gehen irgendwie nicht mehr. Wie sieht es aus da oben? Bei unseren Säftchen haben wir fast noch alles. Ja, was wir natürlich nicht mehr so wirklich haben, ist... Das hier aber. Dafür mangelt es uns an einer ganz speziellen Pflanze. Wie kennt man die Pflanze, die dafür zuständig ist, dass einem die Schmerzen ein wenig genommen werden? Genau. Die Kamille. Ich weiß ja nicht, woran ihr gedacht habt. Hm. So. Ich weiß auch nicht, wie man bei Salbei auf Verjüngung kommt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Also wenn ich an Salbei denke. Ja, also ich hab's vielleicht schon mal erwähnt. Ja. Ähm. Ich hab irgendwann mal... Irgendwann mal sowas ähnliches gelernt wie... Garten. So ein bisschen. Ja. Und wenn ich an Salbei denke, in Verbindung mit Medizin, dann muss ich an sowas denken wie... Keine Ahnung. Kusten-Bonbons. Ja. Also im besten Fall. Ja. Aber hey. Egal. Lass da hingestellt. Übrigens, ich habe... Ich habe ja... Wie gesagt, ich habe ja Kommentare gelesen. Immer wieder. Und... Äh. Ja. Ja. Find's nett, wenn ihr fragt, wie es zum Beispiel... Wie es zum Beispiel... Weil ich ja gesagt habe, dass man im Aufnehmen ist nicht so einfach, weil Kinder werden krank. Find's nett, wenn ihr nachfragt, wie es denen geht, aber die sind unverwüstlich. Ja. Es ist egal, was du tust. Du kriegst sie nicht kaputt. Das ist so. Ja. Kinder sind... Wow. Was die aushalten... Naja. Na gut. Aber dann... Weiß ich nicht. Nee. Ich würde sagen, ich... Wünsche euch jetzt einen wunderschönen... Was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin. Und da oben fehlt was im Eck. Was fehlt da? Kartoffel. Du dachst. Nein, ich gehe jetzt keine Kartoffeln mehr holen. Bis dahin. Und ciao.